Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am Mittwoch, den 22. November 2023. Ich bin Tobi Bitter. Schön, dass ihr mit dabei seid. In Rüttenscheid gab es heute ein überraschendes Urteil. Am Landgericht ist der Prozess um ein 6 Monate altes, totes Baby überraschend mit einem Freispruch zu Ende gegangen. Dem Vater wurde vorgeworfen, seine eigene Tochter im Drogenrausch zu Tode geschüttelt zu haben. Das ließ sich aber nicht beweisen. Radio Essen-Stadtreporter Mario Aalt hat die Details. Am Ende war nicht klar, wer für den Tod des Mädchens im Februar dieses Jahres wirklich verantwortlich ist. Erst fiel der Verdacht auf die Mutter. Sie saß sogar knapp einen Monat in Untersuchungshaft. Dann hat sie aber ihren Ex-Mann beschuldigt. Die Frau kam frei und er wurde festgenommen. Vor Gericht hat die Mutter des Babys allerdings widersprüchliche Angaben gemacht. Der Angeklagte hat die Tat bestritten. Fest steht nur, dass beide Eltern mit ihren Kindern zum Tatzeitpunkt in ihrer verwahrlosten Wohnung in Essen gewesen sind. Der Rest lässt sich nicht klar beweisen. Strafrechtlich bleibt die Tat ungesühnt, sagte der Richter. Die Städte Essen und Oberhausen wollen eine neue Straßenbahnlinie bauen. Die Linie 105 soll in Zukunft nicht mehr an der Stadtgrenze enden, sondern über das Zentro bis nach Oberhausen weiterfahren. Vor ein paar Jahren gab es schon ähnliche Pläne. Diesmal soll es aber klappen. Christian Bannier aus den Radio-Essen-Nachrichten hat sich die Pläne einmal angesehen. Vor fast zehn Jahren gab es in Oberhausen einen Bürgerentscheid. Damals haben die Menschen gegen die Verlängerung der Linie 105 von Frintrop bis zum Zentro gestimmt. Die Kosten waren vielen offenbar zu hoch. Außerdem waren der Klimaschutz und die Verkehrswende noch keine so großen Themen wie heute. Jetzt wurde die 3,5 Kilometer lange Strecke etwas verändert. Früher sollte die Straßenbahn teilweise auf einer Brückenkonstruktion fahren, nun auf Bodenhöhe. Die Kosten bis zu 120 Millionen Euro. Im Dezember müssen die Politiker in Oberhausen noch zustimmen. Im Jahr 2030 soll die erste Straßenbahn fahren. Der ThyssenKrupp-Konzern meldet für das vergangene Geschäftsjahr einen Milliardenverlust. Im Stahlbereich gab es ziemliche Probleme, weil die Kosten steigen und die Konjunktur nicht so läuft, mussten hohe Abschreibungen vorgenommen werden. Außerdem ging der Umsatz um fast 10 Prozent zurück. Unterm Strich steht ein Verlust bei ThyssenKrupp von 2 Milliarden Euro. Eigentlich hatte das Unternehmen ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Im neuen Geschäftsjahr will ThyssenKrupp wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Mehrere Sportvereine bei uns aus Essen wollen ein Zeichen gegen alle Formen von Hass setzen. Mit einer Essener Erklärung kamen sich unter anderem der Essener Sportbund, der TVG Holsterhausen und auch die Stadt Essen auf gemeinsame Werte verständigt. Der Essener Sport stellt sich gegen alle Formen des Rassismus und Antisemitismus, gegen Populisten und Rechtsextreme. Die Essener Erklärung setzt sich für alle Menschen ein, auch mit unterschiedlichen kulturellen, ethnischen oder religiösen Hintergründen. Die Industrie- und Handelskammer Essen fordert die Bundesregierung zum Umdenken in der Wirtschaft auf. Bei einem gemeinsamen Treffen der IHKs in Berlin haben sie sich auf einen Zehn-Punkte-Plan geeinigt. Darin fordern sie unter anderem, dass Unternehmen selbst in Klima- oder Umweltschutz investieren können, ohne dafür lange Anträge ausfüllen zu müssen. Die IHKs kämpfen außerdem dafür, dass eine Berufsausbildung einen ähnlich hohen Stellenwert bekommt wie ein abgeschlossenes Studium. So sollen sich wieder mehr Schulabgänger für eine Ausbildung entscheiden. Und das war überregional wichtig. Israel und die Hamas haben sich auf eine viertägige Feuerpause und den Austausch von 50 Geiseln gegen palästinensische Gefangene geeinigt. Nach Angaben des Vermittlers Katar soll innerhalb von 24 Stunden bekannt gegeben werden, wann genau die Kämpfe unterbrochen werden. Mareike Enghusen berichtet für uns aus Tel Aviv. Israelischen Medien berichten zufolge darf Israel die Namen der Geiseln, die freikommen sollen, an die Hamas übermitteln. Teil des Deals soll demnach auch sein, dass entführte Mütter und Kinder bei der Freilassung nicht voneinander getrennt werden. Bei ihrem Terrorangriff Anfang Oktober hatte die Hamas auch Dutzende Kinder in den Gazastreifen entführt. Außerdem mehrere sehr alte und kranke Menschen. Bei den palästinensischen Häftlingen, die Israel nun freilassen soll, handelt es sich berichten zufolge um Frauen und Minderjährige. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Abend bleibt es noch trocken bei uns in Essen. Morgen wird der Wind von alten Essen bis über Rohr wieder stärker. Und es gibt viele Wolken, aber nur ab und zu mal einzelne Schauer. Es wird wieder etwas wärmer. Das Ganze dann morgen bei 11 Grad. Soweit aktuell alles Wichtige für Essen. Die nächsten Nachrichten hört ihr dann morgen früh wieder hier in der Radio-Essen-Frühschicht ab 6 Uhr. Ihr lest sie natürlich auch jederzeit auf radioessen.de. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Mittwochabend zusammen. Macht's gut. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de. Und überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.